Hallo liebe Freunde, herzlich Willkommen in meine Kalinkes Küche. Heute mache ich ein Hähnchen Gewürz. Das kann man so geflügelt, marinieren oder würzen oder obendrauf machen. Es ist mal selber überlassen, wie das mal wird es nutzen. Und so sieht es aus. Richtig schönen Pulver. Geht so schnell und den größten Teil von diesen Gewürzen habt ihr immer zu Hause dabei. Dann könnt ihr es einfach selber zusammen mischen, in ein Gläschen abfüllen, den schönen Zettel drauf machen und das anwenden. Dann wisst ihr wenigstens was da drin steckt, was habt ihr reingemacht. Und wenn wir zum Beispiel möchten gerne sagen, wie so Hähnchenfiletbrust einfach braten, im Heißlüftfritteuse oder in die Pfanne, es ist ja auch egal. Dann nimmt man einfach ein Esslöffel von diesem Gewürz, gibt man dazu ein bisschen vielleicht auch ein Esslöffel oder zwei Esslöffel Öl. Wenn ihr Süße mag, ein Teelöffelchen Honig und dann habt ihr eine schöne Marinade für die Hähnchenwürze. Und dann einfach braten. Und wenn ihr Interesse habt, welche Gewürze nehme ich dafür. Obwohl ich mache manchmal zwischendurch mal was bisschen unterschiedlicher und das kann man natürlich auch machen und nach eigenem Geschmack abschmecken. Dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen meine Variante. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß. Folgende Zutaten habe ich vorbereitet für diese Hähnchengewürz. Drei Esslöffel grobe Salz, es ist Himalaya Salz. Dann getrocknete Zwiebeln, zwei Esslöffel. Und ich hatte noch rote Zwiebeln trocken lassen, ist er bei mir auch schon mit dem Salz. Ein Esslöffel habe ich einfach jetzt dazu gestellt. Dann zwei Esslöffel getrockneter Knoblauch. Ein Teelöffel Curry. Statt Curry kann man Kurkuma nehmen. Dann ein Esslöffel von schwarzem Pfeffer. Ein Teelöffel Cayennepfeffer. Fünf Esslöffel Paprika-Rosen-Schaf. Und ein Esslöffel Chiliflöcken. Statt Chiliflöcken kann man ein Teelöffel oder halber Teelöffel von Chilipulver nehmen. Und dann von Kräutern könnt ihr auch mal variieren, was ihr gerne möchtet. Ich habe mir jetzt hingestellt Rosmarin. Nehmen nur halber Teelöffel von allen Kräutern. Dann gemahlene Lobblatt. Dann Kreuzkümmel. Und Thymian. Thymian habe getrocknet mit den Blüten. Es riecht sehr, sehr schön. Die groben Sachen werden wir nochmal kurz so im Mixer klein machen. So purieren. Dass es feiner wird. Weil wenn wir dann Fleisch anreiben, dass keine groben Salzstücke sind. Ich nehme jetzt hier Salz. Dann gebe ich dazu meine rote Zwiebeln. Weil er ist auch mit grobem Salz bei mir gemischt. Und hier meine Zwiebeln ist getrocknet. Ein bisschen habe ich ihn trocken lassen. Aber er ist auch ein bisschen grob. Deswegen nehme ich ihn auch da rein. Und dann die Kräuter wie Thymian. Und von den Kräutern gebe ich wirklich nur halber Teelöffel von allen. Das wird schon ausreichen. Und wenn ihr einmal das gemacht habt, dann könnt ihr natürlich ein bisschen anpassen, wie viel euer Geschmack ist. So habe ich alles. Und das werde ich erstmal kurz zerkleinern. Das geht ziemlich schnell. Wenn die Kräuter zerkleinert oder irgendwas, das was so Staub gibt, mal so ganz kurz jetzt mal abwarten, bevor es aufmacht. Weil dann atmet gleich sofort dieser Staub ein. So haben wir jetzt. Ein paar kleinere sind noch dabei, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt machen wir unsere alle Gewürze alle in eine Schüssel. Oh, das duftet so toll nach Kräuter. Richtig schöne Kräutersalz geworden. Knoblauch. Alle Zutaten zu diesem Rezept schreibe ich unten in die Beschreibung, wie immer. Und jetzt einfach alles gut verrühren, dass alles miteinander sich vermengt. Eventuell kann man das auch zu den feineren Pulver, wie es manchmal zum Kaufen geht, nochmal in den Mixer geben. Dann wird es so sehen. Ich zeige euch gleich. Manche machen noch den braunen Zucker dazu. Ich mache das nicht, weil ich habe mitbekommen, dass danach mein Pulver in die Gläschen wird so verklebt. Und ich vermute, dass es nur wegen Zucker. Wenn ich jetzt so mache, dann ist das immer so pulvisiert. Lieber dann, wenn wir Fleisch würzen, müssen wir sowieso zu dem Pulver noch ein bisschen Öl dazu geben. Und dann kann man statt Zucker lieber mal ein Teelöffelchen Honig geben oder Agave-Dicksaft dazu geben, für diese Süße zum Marinade zu herstellen. So, machen wir das nochmal. Natürlich, wenn wir jetzt mit dem Mixer machen, dann haben wir richtig eine gleichmäßige Pulver. Lassen wir es mal ein bisschen beruhigen und dann können wir, oder in ein großes Glas reinzumachen, oder zum Beispiel als Milchbrinsel. Das ist auch schön, in solche Gläschen mal machen. Ja, so in kleinen Gläschen zu probieren. Und dann, wenn es einem gefällt, dann können wir das nachmachen. So, meine Lieben, unser Pulver jetzt hat sich beruhigt. Schaut, wie schön fein ist das. Und jetzt können wir es auffüllen in passende Gläschen. Ich habe jetzt ein paar vorbereitet, so ganz klein geholt und möchte gerne einfach weitergeben zum Probieren. Und wenn es das gefällt, dann können die Personen selber dann neue nachmachen. Oder zum Beispiel die Fläschchen. Schmeiße ich die nicht weg. Die kann man schön im Wasser einweichen lassen. Etikett geht dann ab. Schön auswaschen und dann neue Etikette draufmachen und eigene Gewürze reinmachen. Und dann spart man ein bisschen auch Müll. So, meine Lieben, und jetzt füllen wir die Gläschen ab. So, Deckel drauf und fertig. Und so einfach ein kleines Milchbrinsel mal, wenn man zum Beispiel zum Weihnachten jetzt kommt, oder einfach so zu einer Party, wenn man eine Grillparty macht, perfekt. So, liebe Freunde, ich hoffe, das wird euch dieses Video gefallen. Und ihr werdet das auch nachmachen und mir einen Kommentar hinterlassen, wie hat es euch geschmeckt, wie hat es euch gefallen. Und manchmal, wenn man kauft, die fertige Mischung geht und dann liest auf die andere Seite. Es ist manchmal viel so dazu gemischt, das mal Volumen zu erzeugen. Oder wenn man das probiert, dann brennt es einfach auf die Zune, weil es so viel Salz da drin ist. Und deswegen kann man lieber selber das nachmachen. Dann weiß man wenigstens, was in jedem Gläschen drin steckt. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Genteise was bei mir und dann bis zum nächsten Mal.